hallo und herzlich willkommen zurück bei shazadi spiel star citizen so ein bisschen abgruben muss ja auch mal sein in meiner neuen rüstung im karak style ja bei mir ist alles karak es tut mir leid ich liebe sie ich bin so happy dass ich mir die geholt habe so aber wir wollten ja nicht karek sondern wir wollten uns das neue schiff anschauen so und zwar handelt es sich dabei um die eges avengers stalker wir holen das baby mal raus die 325 habe ich noch geklebt das jetzt mal so wir holen mal die stalker raus wir holen die stalker auch ich habe vergessen den besorfer zu wechseln egal wir versuchen das beste draus zu machen also äußerlich unterscheidet sich die stalker tatsächlich nicht groß von der titan es ist immer noch der kleine süße pinguin aber innen ist doch schon ein bisschen bisschen was anderes sprich gefangenen transporte und so wir haben das das letzte mal schon erörtert so hier haben wir sie das gute stück ja können auch noch mal gucken haben also an der habe ich tatsächlich noch nicht viel umgerüstet einzigste wasser hat ist eben den atlas quantum drive und ansonsten ist die noch abwerk also der mantis gefällt mir den werde ich auch drinnen lassen aber ich glaube die laser auto kennens werde ich auch austauschen gegen die laser repeater denke ich mal so dann schauen wir mal rein und wie ihr seht hat sie eben nicht hier hinten schön viel frachtraum sondern sie hat schön viel frachtraum für böse leute die kommen dann hier rein und ja sogar schön begutachten sowieso im aquarium so hallo fischi 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 und mit ihren handschellen dann hoffentlich bett hat sie auch also sonst ist wirklich wie die teilten nur halt dass sie hinten die die sechs gefangenen transportkabinen hat anstelle des frachtraums jo ich würde sagen machen wir uns doch einfach mal auf die suche nach dem travel in frack oder why not entweder wir finden es oder wir finden es nicht also das letzte mal waren die angaben alle noch sehr korrekt ob sie das dieses mal noch sind werden wir sehen wir müssen wir müssen erst mal richtung daimar was hat sie jetzt für ein schlenker gemacht also im moment machen die maschinen manchmal komische sachen so dünne auf auf und davon das ist schon hübsches maschinchen ich habe ja auch ein bisschen nachgedraut weil es war ja tatsächlich so das war ja mein starterschiff also nicht die stalker sondern die teilten die war mein starterschiff in dem spiel und die ist ich sag mal so auf diese 20 30 euro beim starter paket kommt es nicht an und wenn man die möglichkeit hat sollte man sich tatsächlich am anfang die teilten holen weil sie einfach das beste allround schiff ist auf jeden fall habe ich ihr schon ganz schön nachgetrauert und ja deswegen haben wir dann habe ich habe ich mir jetzt auch einfach das herz gefasst ich wusste ich hole mir wieder eine ja aber jetzt auch gemacht so wir suchen jetzt als erstes mal um 3 direkt gefunden dann fliegen wir mal direkt zu um 3 ich werde euch an dieser stelle auch mal etwas einblenden mit so ein paar points of interests die ihr ruhig mal abfliegen könnt wenn ihr ja wenn ihr mal ein bisschen auf expeditionskurs gehen möchtet ich hoffe ihr habt das jetzt alle gesehen und danach fliege ich tatsächlich auch jetzt nach den angaben um das frack zu finden also da drin heißt es wir sollen zu um 3 sind wir ja jetzt um 3 jetzt sollen wir richtung um 5 wir suchen jetzt einfach mal um das ist um 6 um 2 um 5 so wir sollen jetzt auf 440 kilometer ranfliegen machen wir mal so auf eigentlich auf 440,4 kilometer ich gehe mal und hoffe mal dass ich direkt wieder abbrechen kann ja ging fast gut war schon ein bisschen zu spät tatsächlich also motor müsste man wieder anmachen mehr von vorteil so jetzt muss man halt ein stück rückwärts aber besser besser 12 kilometer rückwärts wie 200 kilometer vorwärts ich hoffe nur es haut dann noch hin 440,4 stopp ist aber auch echt schwer ne bin mal gespannt ob wir die finden 440,4 stopp warum machst du das immer Maschine jetzt bleibt immer direkt stehen das ist auch was es ist so oft hin und her dass wir bestimmt schon ja so 440,4 dann suchen wir jetzt m1 o m3 o m2 o m5 o m1 das ist mir jetzt schweierhaft aber das haben wir jetzt 550,6 noch mal ein stück vor auch mal da mich doch nicht so bleibt doch einmal das gibt es nicht sonst geht sie immer ganz kurz nur ärgere mich doch nicht so 4,3,2,1 50,6 und dann Richtung OM2 und der müsste jetzt tatsächlich genau hier sein wenn wir jetzt immer in seine Richtung fliegen müssten wir da unten tatsächlich auf das Wrack treffen nur wie gesagt fand ich das jetzt mit dem rückwärts fliegen eben am Schluss ein bisschen seltsam aber es kann hinkommen wer weiß das schon theoretisch wenn wir jetzt bei 460 oder 461 Kilometern sind müssten wir eigentlich hier oben auf der Planetenoberfläche sein und da müsse das Javelin-Flack sein ich bin gespannt vor allem jetzt ist es auch noch dunkel man sieht nichts oh man das ist so gemein ich würde sagen wenn das wirklich da sein sollte also wirklich so tatsächlich echt da sein sollte dann warten wir einfach den Moment bis es hell ist beziehungsweise ich warte dann ihr müsst nicht warten jetzt tatsächlich Also, ich würde sagen, da wir ja jetzt hier auch sehr wenig sehen können, warten wir einfach mal, bis die Nacht rum ist. Das konnte ich jetzt natürlich, ich meine, das weiß ich ja vorher nicht, ob jetzt hier Tag oder Nacht ist. Aber, ob wir richtig sind oder nicht, sagt uns dann das Tageslicht. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bei Tageslicht wieder. Bis gleich. Nur nochmal eine kurze Zwischeninfo. Ich warte immer noch auf den Tag. Aber ihr seht es tatsächlich jetzt hier. OM2 ist 461,5 weg. Und genau rechts neben uns ist das Javelin-Frag. Von daher, bis gleich im Hellen. Also, ich habe jetzt echt länger schon hier gewartet. Erstmal willkommen zurück. Nur, ja, ich weiß nicht, geht die Sonne langsam auf oder nicht? Fragen über Fragen. Ich muss nur leider jetzt langsam ein bisschen weiterkommen. Deswegen habe ich gedacht, landen wir einfach vielleicht schon mal ein bisschen und gucken uns das auch ein bisschen im Dunkeln an. Obwohl, die Schneestürme geben ja dann... Schneestürme, ja, nee, ist klar. Die, ähm... Sandstürme geben ja dann noch so ihr Übriges. Aber wir können ja auch einfach schon mal uns hier so ein bisschen... das Teil anstrahlen. Also, hier seht ihr... In wie viele Teile die zerfallen ist. Sieht schon cool aus, ne? Können wir wahrscheinlich rein. Können wir wahrscheinlich drin parken. In den Teilen. Sieht auch schon sehr verwittert aus. Die wird schon... ne Weile hier liegen. Da vorne haben wir die zwei Spitzen. Spitzen, Spitzen. Da haben wir noch so mittelere Teile. Ja, sieht vielleicht wirklich so aus, als wenn's bald hell wird. Ich kann ja noch mal ein paar Minütchen warten. Bis gleich. Diesen Anblick, den gönnen wir uns. Ihr seht es. Die Sonne geht auf und es sieht einfach nur so unglaublich geil aus. Habe ich schon erwähnt, dass ich dieses Spiel liebe. Allein genau für diese Momente. Einfach nur für diese Momente. Boah, es ist so satt. Ja, ähm... Ich hab mir da schon bald gedacht, dass man... Letztendlich auch wegen dem Sandsturm nicht sehr viel sieht. Aber nun denn. Warte mal, ich mach das mal einen Ticken lauter jetzt. Schau mal gleich, beim Fliegen ist es da nicht zu laut. Hm. Ja. Also hat was, auf jeden Fall. So. Hm. Auch schön. Jetzt müsste nur noch... Also wenn uns jetzt der Sandsturm etwas gediegen wäre. Wäre das schon nicht schlecht. Aber ich bin froh, echt, dass wir das Javelin-Frag wieder... ...auf Anhieb gefunden haben, sozusagen. Schon eine geile Sache. Hier liegt ein Haufen Schrott. Alter Schwede. Ja. Die hat ganz schön Boom gemacht. Wie lang die auch ist, ne? Da sieht man erst mal, wie... Ich meine, ich stehe da mit meiner kleinen Stalker da so mittendrin. Also ich hätte tatsächlich, glaube ich, problemlos in sie reinfliegen können, da hinten. Ja, hier vorne sind dann diese zwei Spitzen. Spitzen? Die Spitzensteine. Ne, die Spitzen Spitzen. Hier so. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Coole Sache, das. Komm, da hinten. Lauf mal bis zur Spitze der Spitze. Soweit wir können. Jawohl. Coole Sache. Ja, da oben ist die zweite Spitze. Boah. Sie stolpert hier alle drei Meter. Äh, frag mich nicht, warum. Also sie leidet sehr, wenn sie hier läuft. Tatsächlich. Was für ein riesiges Teil. Wie gesagt, diese Ausmaße, ähm, kriegt man tatsächlich nur mit, wenn... Wenn man einfach mal hier landet und rumläuft. Sehr, sehr schön. Ja, ich hoffe. Ein paar werden mir das gleich tun. Ihr habt ja diesen Sonnenaufgang gesehen. Alleine der war es wert. Und sehr viel Zeit hat es jetzt tatsächlich nicht gekostet, hierher zu kommen, wenn man weiß wie. Das werde ich euch, wie gesagt, ja, einblenden. Und juhu. Ja. Dann könnt ihr euch selbst das hier mal zu Gemüte führen. Ah. Ah. Äh. 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 Ja. Egal. Ja. Der Sandsturm hat uns leider nicht verlassen. Finde ich irgendwie ein bisschen schade. Äh. 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 Sehr viel außer, außer kaputten Graben ist ja jetzt hier auch nicht mehr zu sehen. Und dass die Madame hier alle fünf Meter stolpert. Ja, ist schon cool. Also ich hoffe mal, ein paar werden jetzt auch mal durch meine Hilfe den Mickey herfinden. Guckt euch das an, wie riesig das ist. Ich meine, das sieht ja aus der Luft wirklich nicht so riesig aus. Aber man läuft und läuft und läuft. Bis man hier überhaupt mal ans Ziel kommt. Ist ja Wahnsinn. Juhu. Oh. Guckt an. Es wird klar. Zum Ende der Folge wird es tatsächlich noch mal klar. Ja. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schaut euch gerne auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen. Über ein Abo freue ich mich natürlich am meisten. Und wenn euch das Spiel genauso interessiert und fasziniert wie mich, könnt ihr euch gerne auf der Seite robertspaceindustries.com registrieren. Das Registrieren ist vollkommen kostenlos. Da könnt ihr euch auch ein bisschen über das Spiel an sich informieren. Und wenn ihr beim Registrieren meinen Referral Code angebt, beides findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann bekommt ihr ingame, falls ihr euch das Game doch zulegen solltet, direkt 5000 Startcredits anstatt nur 1000. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal im Verse. Bis dahin, eure Shazadi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.